Das, was im Moment passiert, ist so auf diese Art und Weise noch nie passiert, denn wir bekommen jetzt so wunderschöne Energien, die unserer Seele dabei helfen, sich zu erinnern. Und was heißt das für uns konkret? Wir erinnern uns an das, was wir wirklich sind, an unser volles Potenzial, an all diese Liebe, die wir sind, an die Freiheit auch, die wir sind. Und damit bricht eine ganz neue Ära des Menschseins an, wo so unglaublich viele Veränderungen auch in unserem gesellschaftlichen Leben stattfinden werden, egal ob im Bereich Politik, Wirtschaft, Gesundheitssystem, Bildungssystem, generell auch unsere Einbettung im Kosmos, im Universum. Und da werden so viele unglaubliche Entdeckungen, Erfindungen, Veränderungen, Erneuerungen stattfinden, dass die Menschheit sich wirklich komplett verändert und wir sind mittendrin. Das freut mich unglaublich. Ja, wenn du Lust hast, herauszufinden, was du tun kannst, um deiner Seele dabei zu helfen, dich zu erinnern, dann ist diese Podcast-Folge genau die richtige für dich. Herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese. Ich bin seit 2002 Unternehmerin und helfe Menschen dabei, dass sie ihr eigenes Sein transformieren können, in etwas Höheres, in etwas Besseres ihr Leben verändern können. Ich bin die Begründerin der Seinspotenzial-Methode. Seinspotenziale sind deine Stärken, die dir von deiner Seele mitgegeben worden sind, damit du deinen Seelenplan, deinen Lebensplan auch erfolgreich erfüllen kannst. Und es ist unglaublich schön, wenn wir unsere Seinspotenziale leben. Wenn du dazu mehr wissen möchtest, schau einfach mal hier im Link zu diesem Podcast. Dort habe ich dir unsere nächste Seinspotenzial-Live-Show verlinkt. Freuen wir uns ganz doll, wenn du Lust hast, dazu zu kommen. So, worum geht es jetzt hier? Wir erinnern uns wieder, wer wir wirklich sind. Und das Spannende ist, wir sind Fülle. Fülle bedeutet die Fülle der Möglichkeiten. Und das heißt auch, dass wir wieder in Berührung kommen, und zwar sehr klar und deutlich mit unserer eigenen Schöpferkraft. Ganz zu Anfang werden wir das jetzt merken, dass unsere Überzeugungen unsere Realität erzeugen. Bedeutet, es wird immer deutlicher und klarer, dass das, was wir denken, das, was wir fühlen und das, wovon wir überzeugt sind, dass das unsere Realität erzeugt. Und da macht es natürlich mega Sinn, die eigenen Überzeugungen zu überprüfen, das eigene Gedenken genau unter die Lupe zu nehmen, dafür Verantwortung zu übernehmen und auch für unsere Gefühle. Und wenn du jetzt glaubst, naja, aber es denkt doch von alleine und es fühlt doch von alleine, ja, da hast du recht. Es. Es sind häufig die Muster in uns, die ein Eigenleben führen und die, ja, uns einfach manchmal mit Themen beschäftigen, wo wir, wenn wir selbst entscheiden würden, uns gar nicht mit beschäftigen würden, okay? Das heißt also, Verantwortung zu übernehmen für auch das eigene Innenleben, für unsere abgespaltenen Teile, für unsere versehrten inneren Kinder und, ja, den Weg der Heilung einfach auch weiter voranzutreiben, ja, damit es eben uns gut gelingt, unsere Realität gemäß unserer Überzeugungen auch zu erschaffen. Weißt du, denn all das, wovon du überzeugt bist, was dir nicht gut tut, das kommt nicht von dir selbst, das ist in dich hineingegeben worden. Denn als Kind warst du Fülle, da warst du volles Potenzial, da warst du so rein, so klar, ja. Alles, was damit zu tun hat, ich traue mich nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert und was es da noch alles gibt, ja, Scham, Schuld, das sind alles Dinge, die in dich hineingegeben worden sind und das ist unglaublich gefährlich. Das können wir mal in einem kleinen Beispiel veranschaulichen. Stell dir mal ein Glas frisches, klares, lebendiges Quellwasser vor. Es hat unglaublich hohe Schwingungen. Kann man übrigens messen, ja, wie viel Bovis-Einheiten solch ein klares, frisches Quellwasser hat, ja. Bovis-Einheiten messen so die Lebendigkeit, ja, die Energie. Zum Beispiel in dem Falle dieses Wassers. Und jetzt würden wir in dieses Wasser ein bisschen Dreck, ein bisschen Matsch, ein bisschen Gift, ein paar ungesunde Bakterien noch hineingeben. Würdest du dieses Wasser trinken? Nee, ne, wahrscheinlich eher nicht. Und diese Brühe hätte aller Wahrscheinlichkeit auch gar nicht mehr so eine hohe Schwingung. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch hingehen und das Wasser beschimpfen, ja, verurteilen, beschimpfen. Dann würdest du messen können, wie dieses Wasser von seiner Schwingung her immer niedrig schwingender wird. Und das ist auch der Grund, warum so viele Menschen eine niedrige Schwingung haben. Denn das Gefäß, das bist du. Und das klare, frische Quellwasser, das ist dein Innenleben. Und so warst du als Kind. Und dann sind ganz viele Verunreinigungen in dich hineingekommen, zusätzlich noch Erfahrungen und Traumata. Ja, und deswegen ist so dein Inneres wirklich auch ziemlich verunreinigt. Und das bedeutet, du musst dich reinigen. Denn wenn deine Seele sich erinnert und wenn sie diese Informationen an dich weitergeben möchte, dann musst du dafür sorgen, dass du innerlich rein bist, damit der Zugang klar ist. Wir müssen also jetzt wirklich auch für einen reinen Zugang sorgen. Und wie machen wir das? Und das ist ganz, ganz spannend, indem wir Verantwortung für unsere Überzeugungen übernehmen. Ja, denn da können wir ganz klar entlarven, wo der Dreck sitzt. Punkt. Wo der ganze Bullshit sich verankert hat. Tief verankert hat teilweise auch. Ja, und es ist wichtig, dass du in die Klarheit kommst und dich zum Beispiel auch mal mit der Begrifflichkeit Klarheit anfreundest. Ich sage das ganz bewusst, weil viele Menschen haben immer noch ein Problem mit Klarheit und scheitern somit schon direkt an dieser Hürde. Weil sie Angst haben, verlassen zu werden, abgelehnt zu werden. Ja, whatever. Sich zu blamieren. Klarheit. Wir dürfen zu unserer Klarheit stehen. Wir dürfen zu unserer Meinung stehen. Wir dürfen zu dem stehen, was in uns ist, was wir wollen, was wir für Bedürfnisse haben. Wir dürfen auch Bedürfnisse haben, ja. Ja, und ich spreche auch hier ganz besonders die Frauen an, Männer wie Frauen, aber wir Frauen, wir haben häufig noch ein größeres Problem als Männer mit unserer Klarheit, weil wir einfach von der Erziehung her ganz anders aufgestellt worden sind. Und es fällt uns unglaublich schwer, uns aus den Abhängigkeiten und den Anpassungen, die schon unsere Mütter und unsere Großmütter vorgelebt haben, herauszulösen. Selbst wenn wir das tun, kostet es unglaublich viel innere Arbeit, ja. Und das ist einfach so tief verwurzelt in unserem Sein, in unserer Zellerinnerung, dass es schwer ist, das rauszuarbeiten, aber es ist wichtig, dass wir das tun, ja. Damit wir eben in uns klar und rein wieder werden, ja. Und du wirst merken, das ist eine unglaublich schöne Energie, ja, das wieder zu wissen, wer du bist, eine schöne Anbindung an deine ganz ureigene Spiritualität zu haben. Und dann brauchst du auch keinen Guru mehr fragen, ja. Bist du ganz, du mit dir verbunden und deiner Seele in deinem höheren Sein. Und wenn du dich auf diesen Weg machst, dann wirst du immer stärker werden. Jedes Mal, wenn du eines deiner Seinspotenziale lebst, jedes Mal, wenn du zu deiner Meinung stehst, jedes Mal, wenn du zu deinen Bedürfnissen stehst, ja, und dich wirklich wichtig nimmst, ja, ernst nimmst, begreifst, dass deine Meinung sehr wohl zählt, dass du etwas zu sagen hast, dass du dir etwas zutrauen darfst, dass du etwas riskieren darfst, jedes Mal, wenn du so bist, wirst du innerlich klarer und reiner. Und damit erhöht sich deine Schwingung, nicht vergessen. Wir reden immer so vom Aufstiegsprozess, wir reden immer so schön von der Schwingungserhöhung. Das ist eine ganz pragmatische Schwingungserhöhung, die du unterstützen kannst. Und sie ist so wichtig, weil ohne dem geht es nicht. Müssen wir ganz klar festhalten. Ohne dem geht es nicht. Du musst schon mithelfen. So, und ich erinnere mich zum Beispiel, als ich damals den Weg der Selbstbestimmtheit gegangen bin. Das war eine ganz schöne Herausforderung. Das fühlte sich anfangs auch überhaupt gar nicht gut an, denn ich trennte mich vom Vater unserer gemeinsamen Tochter, Tochter fünf Jahre alt oder unsere Tochter, und ich war so schüchtern. Ich war so ängstlich. Ich traute mir überhaupt gar nichts zu. Und ich hatte solch eine Angst, abgelehnt zu werden und irgendwie im Leben nicht zurechtzukommen, dass ich so sehr nach Sicherheit im Außen gesucht habe und so furchtbar angepasst war, dass ich mir heute überhaupt gar nicht mehr vorstellen kann, wie ich das aushalten konnte, in mir selbst, mit mir selbst. Und das war für mich auch völlig ernüchternd zu sehen, dass Arbeitgeber so gar kein Verständnis dafür haben, dass Kinder mehr Ferien haben als Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, dass sie auch mal krank sind und dass das für mich eine Riesenherausforderung war, das zu handeln. Jetzt hatte sich unser Leben gerade verändert. Die Trennung, das war für meine Tochter natürlich auch nicht einfach. Und jetzt musste sie auch noch rumgereicht werden, nur damit ich den Arbeitszeiten nachkommen kann und mein Kind irgendwie betreut werden kann. Und viele alleinerziehende Mütter oder Väter können das mit Sicherheit jetzt sehr gut verstehen, vor allen Dingen, wenn kein gutes Familiennetz im Hintergrund ist, das immer einspringt. Aber selbst das ist ein echt richtiges Scheißgefühl. Ja, so gerne die Kinder auch bei Oma und Opa sind, aber es ist auch in Ordnung, ja, aber es macht etwas mit der Familie. Und so kleine Kinder, so kleine Wesen, die haben so viel Nöte, die haben so viel Fragen, die haben auch Sorgen, die haben Ängste und die brauchen viel Zeit und Liebe und Aufmerksamkeit. Und das geht in unserer Kultur sowieso massiv unter. Und dann noch bei alleinerziehenden Müttern oder Vätern ist das natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. So, diese Ernüchterung, die machte sich also wie ein Lauffeuer in mir breit und das tat mir wirklich körperlich weh. Das war ganz, ganz schlimm. Ich habe mich so furchtbar gefühlt und ich erkannte, dass ich nicht glücklich werden kann und nicht erfüllt sein kann, keine gute Mutter sein kann. Auch nicht finanziell für uns gut sorgen kann, wenn ich nicht wirklich drastisch etwas ändere. Und da bin ich hingegangen und ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe gemerkt, ich muss etwas riskieren in diesem System, so wie es ist, wird das nicht funktionieren. Nicht nach meinen Maßstäben und nach den Bedürfnissen und Maßstäben auch meiner Tochter. Maßstäbe auch anhand der Bedürfnisse gemessen natürlich. Der Weg war nicht easy peasy, aber er hat mir etwas gezeigt. Er hat mir gezeigt, dass dieser Mut und dieses für mich und somit auch uns einstehen, auch einstehen können, wir auch die Zeit nehmen, wenn es nötig ist, wenn es gebraucht wird. Und nicht, wenn die Uhr klingelt und der Feierabend eingeläutet ist, sondern wirklich so, wie wir das brauchen, das hat etwas mit mir gemacht. Und da begann schon bei mir das Erinnern, wer ich wirklich bin. Die Reise geht bis heute und es ist noch so viel Luft nach oben. Umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir, Stichtag heute übrigens, heute wo dieser Podcast rauskommt, die große Veränderungswelle für uns alle beginnt und dieses Erinnern enorm Fahrt aufnimmt und richtig krass beschleunigt wird. Und wenn du schon viel an dir gearbeitet hast, wirst du das sehr genießen und sehr lieben. Wenn du gerade am Anfang stehst, ist es umso wichtiger, dass du dich dabei unterstützt, herauszufinden, wer du bist, dass du immer für gute Erdung sorgst, für innere Zentriertheit sorgst. Bleib in deinem Atem, bewege dich in der Natur, nimm dir Zeit für dich, hinterfrage dich immer, was macht dich glücklich, was brauchst du jetzt gerade. Die Verbindung zu dir selber aufzubauen, die Beziehung zu dir selber zu heilen, ist das Aller, Allerwichtigste, was du tun darfst, damit du diese Energie des Erinnerns auch als angenehm begreifst. Für alle diejenigen, die sich da schwer tun, für die wird es wahrscheinlich auch sehr, sehr herausfordernd werden, weil es so schnell geht, dass man das Gefühl haben könnte, verrückt zu werden. Ich habe da vergangenen Mittwoch ein YouTube-Live zugemacht, ein sehr ausführliches, das geht über eine Stunde. Das war am 17. Januar 2024. Der Ton ist zwischendurch nicht ganz so gut, weil mein Lüfter vom Rechner relativ laut zu hören ist zwischendurch. Nicht die ganze Zeit, aber zwischendurch schon. Aber der Inhalt, der ist sehr wichtig, weil wir da über die ganzen Veränderungen, die Erneuerungen auch nochmal sprechen und da auch sehr tief und ausführlich reingehen. Also wie gesagt, geht über eine Stunde. Wenn du magst, kannst du dir den Podcast sehr gerne anhören. Ich schaue mal, dass ich den auch hier im Text verlinke, dann findest du den noch etwas leichter. Ansonsten denk an die Live-Show. Auch den Link habe ich dir verlinkt. Würde ich mich sehr freuen, wenn wir da einfach mal bei dir schauen können. Wo stehst du dir im Wege? Was brauchst du? Was kannst du Gutes für dich tun? Ja, okay. Freue mich auf deinen Kommentar. Kommentier mal, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat. Vernetz dich gerne mit mir. Auch auf Instagram, dort bekommst du immer schöne zentrierte Tipps für dich und dein Weiterkommen. In Liebe, das Allerschönste für dich. Deine Schwester im Geiste. Deine Linda